Was ist das für ein Veränderungsgespräch? Was ist das für ein Ja, ich bin Berni Dek. Guten Tag. Guten Tag. Ich schreibe die Jeter an. Gleichweise. Ich habe immer geredet, und ich habe immer mal sitzen, wenn du da mal ein Interview hast, oder mal reden hast, mit René, dann ich habe mich gekriegt, habe ich mit irgendjemandem reden, vorhin geredet. Ja, vielleicht ist das. Du hast mich sattengeblieben. Ja. Jetzt das ist das Leben erst, hat ich gesagt. Wie ist das eigentlich? Ja, wie ist das denn? Ich werde lange bereden, lange abschrieben, von euch reden wollen. Nein, auch wieder nicht. Dann kommt das von heute. Ja, that's right. Manchmal hat Luther beschuldigt, wenn er das nicht an. Das haben wir ja gemacht, die da hält, was wir heute sollte, aber, falls ich so mache, den zwei. Wolltest du denken, dass wenn du mir das recht gemerkt hast, vor allem, ich mag Ansprache? Mhm. Wolltest Luther nicht auch sagen, dass heute auch noch sollte, bitte? Ja, das kriegst. Ich glaube, das ist Amazon. Ja, ja. Dann fällt ihm Luther noch mal, wenn er will, wenn er will. Ja. Aber es ist das Business hier, YouTube-XI-Business. Ich weiß nicht. Business, aber das ist die Idee. Ja. Das ist von der Familie und ich wollte hier von dem einen Verschwiesen. Das ist das erste Mal, dass er über TV kam. Oh ja? Oder über YouTube kam. War heute? Ja, da habe ich noch immer geflüchtet. Aber da ist er ein Goldversch. Oh ja? Ja. Ich glaube, das wird fernsamer, wir leben ja hier, würden wir einen haben. Das ist richtig. Die bleiben ja hier leben ja. Oh ja. Und wenn er hier Versch, und alles hat, wo wir dann sagen, dass du das warst. Den soll ich trauen. Ja, gleich sind es da. Als ich bekomme von Versch, einer würde denken, ein Versch hier werden, der wird die Gauig-Rümen an die Bande, der wird geraten worden, was du denkst. Aber das wird nicht passieren. Das war nicht? Nein? Nein. Ein Versch warst du und vergrößt, ich denke, es ist für die Bande. Wenn du ein Aquarium hast, sagen wir mal, ein Toyshow, und da ist ein Versch namen, was auch immer, wie wir 15 Jahre waren, um die Bande, was sie in bliehen. Vergrößt? Der Versch stattfindet und vergrößt es für die Bande. Ja, ja, ja. Da habe ich nicht gewusst, ich habe gewusst, aber ich sage jetzt einmal, dass ein Goldversch haben muss und der größte Künscher-Memoria. Oh. So, wenn du erst hier warst, wenn du fütsch warst, dann kannst du wieder auf der Vierde, weil du jetzt hier warst, so, denen fällt sich doch gar nicht eine kleine Hauptgebäude Bande, also in den vier Jahren, die da. Ja, vielleicht ist es mit Goldversch anders, man hat einen Verstand, über mit der größte Wollversch, das ist interessant, und auch Heringfisch, der schwamm jeder Jahr in der Sassi-Städte, wo die Jungen haben. Oh, ja? Die, da ist ja eine Sassi-Städte, eine Sassi-Städte, eine Gräber, oder was, der kommt jeder Jahr nach der Kalifornien zurück, und dann hat er sich die Wintermörnern ab, da hat er die Jungen. Jeder Jahr. Jeder Jahr, da hat er Porden, da hat er die Jungen. Ja, ich hätte von, du hast eine Sassi-Städte, im Verstand. Ja. Die kommen da so, ja, im Winter. Ja. Und es war ungefähr in April, da war er verlaten, und dann kamen sie in Nürnland, in Kalifornien lang, aber, WC, Kanada. Wow. Der nächste Jahr treu, das ist interessant. Da kann ich noch eine Passaporte haben, du? Ja, ja, ich war nicht viel aufwiesen. Ja, und der war nicht länger, denn wir haben noch drei Sekunden, aber Goldversch, ja, die beste werden stehen. Ja. Aber da war ich halt da in Goldversch an, wir hatten sie eine ganz kleine, im Aquarium, und der nächste Jahr, war ich ziemlich groß am Pudel. Ja, das hat mir immer gesagt, das war ein guter Satz. Interessant. Ja, ich wollte dich erstellen, die erstellen wir uns her, die nun, und, ja, wir haben uns zu uns da. Tag, ich bin Benni, Dick, in Vida Cento Centa, der Tengahem, wohne hier vor allem im Korridor, meine frühe Irna, und wir haben drei Tengah, eine befried, zwei stecken noch nicht, aber, ja, das war ich sie, wohne hier, in Trofe hier, vor allem im Korridor. Ja, ich denke mir, wie das anders ist von dir auch. Was ist das? Ich kann mir heute nicht, so einen jungen Mann, auch befriedigt werden. Nein, nein, das ist heute. Das sind nur noch jüngere, die sind im Großpaar. Oh, ja, das ist, ja, wir werden von Vida Cento Centa reden, und, du seht, dort hier haben wir eine 10-Jährige, die wir 10-Jährige haben. Das ist richtig, ja. Ja, das kämpft es dort an, ja, so hat er ein Baby dabei. Das ist richtig, das ist ein 10-Jährige. Dort ist ja eine Trie, die sind wirklich von, das ist dort, von dem Leben, von so einem Jahr darüber. Ja, Benni, die Arbeit, ein von den Arbeiten, die Beschäftigungen, kann man dort, heimschaufen, wie der Cento Centa. Er kann dort, freutet ihr, wie der Cento Centa, wie euer, dann wird er mal schauft. Ah, dann wird dort Philanthropica Chihuahua, Philanthropica Chihuahua, in Santa Lucia. Ja. Ja, dort hat man nicht noch Geld gekauft, hat dort Säuerung erstatt, mit Eten, und mit Geld, also mit Bührendeuden. Und dann war er, war er zu klein, und passierte diverse Dinge. Ja. Und dann war er gebührt. Und dann hat er, wie das hier in der Cento Centa. Ja. Und hier, wir bleiben nur, der Socklein, der hat vielleicht auch noch 100, was bloß dort. Da habe ich noch einen Numen fertig gesagt. Oh, wie nahe die Hieser bloß verschieden. Okay. Ähm, Santa Lucia ist der Stadt, wo das Bahn ist, wo das Amalfall Bahn wäre, und das, das Haus, wo die Kinder Bahn sind, und dort nahmen wir Casa Alicia, und das hier nahmen wir Casa Dania. Aber das ist bloß eine Organisation, wo wir das in der Cento Centa halten. Die Geschöpfe, oder? Ja. Ja, da ist bloß ein Ding. So, wenn wir umgestanden, das und jetzt, wo wir eigentlich miteinander, dort, wo wir sagen können, das, äh, von Santa Lucia. That's right. Elisha, das heißt heute? Äh, Casa Alicia. Alicia? Ja. Das heißt also, aus Elisa Beach, oder Elisha? aus Elisa Beach, aus Elisa Beach, aus Elisa Beach, aus Elisa Beach. Und, äh, Lande, vor wir haben, wie sein Eier ist, dann steht es in Kanada, in Mexiko, zum, äh, Donation Receipts hier, wegen sehr viele Menschen, die, 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 die Mörder haben, wegen legal Dinge. und, äh, ich kann mich nicht früh, wie vor sehr viel, um, und trafen Menschen, und, ähm, merken Menschen bekommen, was wir hier tun, und die Ferien, und so, und so, direkt dort, die wir dann, die Eltern beschroffen können. Ja. Du sind drei junge Menschen. Das ist richtig. Jugendliche Kinder. Mhm. Und du hängst dann, wie du bist, wie sagst du das? Und, äh, seid ihr zu hören, oder wir, in der Jugend fast? Nein, das sind die Jugend, wo du einfach einmal sagst. Ja, wir haben da, viel und selten die Stadt, wo du 15 Jahre alt bist. Und so, wir haben da, wirklich einmal Dinge mit den Jugend, wo wir toll haben. Und dann sagen wir, da noch jüngere Kinder auch. Oba, hier ist noch ein Bastion, von uns und so. Hier sind die lange nicht alle toll. Oba, wir fahren dann manchmal rütt, dann verschiedene Dinge mit den Top. Diese Bäume großen, der das nicht charaktiert, wie der Team? Nein, der das anguckt er auch. Ja, du bist die Bohnen. Ja, du bist die Bohnen, da ist der Park. Ja, das ist richtig. Du hast dann eine Redner, die ich vertalte dir? Das ist der Heimführer, der jeweilige Heimführer. Das habe ich dir gesagt. Einmal, wir haben verschiedene Redner, wo die Hand kommen. Einmal, 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 mit Geld, mit Menschen, alleine, mit sich selbst Bereichen. Mit, mit einem Vortig, mit einem Haus. All solche Dinge. Da kommen die alle nachher an. Schof zu lernen, mit einem Job zu lernen, mit einem Speer zu lernen. Und was mich besonders interessiert noch, ist, dass diese Kinder, die sind, die sind, was wir plötzlich schon sagen, sind über die Welt, sind mit schlechten Anfluss, sehr viel mit Drogen, Verbrechen und alles, und so wie die Kinder sind an der Schule. Und diese Kinder, wenn die in so eine Schule wurden, sind, dann haben sie gekriegt die Welt, wo sie zurückkommen, wo sie nicht zurückhaben werden, sie gehen mit der eigenen Schule an. Da hat man die eigene Schule angenommen, dass die eigene Schule angenommen hat, dass sie nicht in die Stadt oder die Schule gehen müssen? Ja, wir waren ganz am Anfang, da waren wir nur eine Schule, nur eine Staatsschule, aber wir waren immer zwei Monate, da waren wir an, dass Deutschland nicht. Da hat man das, was wir wollen. So, da waren sie in die Schule anfangen und nicht über so eine Pause, was von den Lehrern wir haben. Und so eine Pause, wer sind hier an die Kinder, was ja dafür. Wie wird die Kraak, wer der Anfluss erst durch? Wenn wir einmal an die jeweilige Schule, dann wirst du von allerhandel verschiedenen Menschen ankommen, dann kostet euch sehr reich, kontrolliere, was von Anfluss ankommen. Hier, da war es so eine Pause, was von Anfluss zu nennen. Ja, wir wollen, wir wollen nur folgen der Jesus-Märkte davon. Und dort kostet euch nicht bloß alles zu nennen, was du werfst. Ja, ein Charakter, wo du sagst, was die alles vorbeibringen. Weil sie verwalter wurden, weil sie keinen Haushalt abhören und alles. Dort können dann die Feindungen rechnen. Dort, äh, eine Schule fängt dort ein bisschen an, ob ein sehr größer Ort passiert. So schwer, dass wir die Schule sind. Wie dort eine neue Säure-Anschauf und eine Schöler-Praktiker nennen wird. Dort ist, mal wie in einer größeren Spiegelbühne, wo die Sektion ist, wo verschiedene Business-Männer sich dort kenne. Und dann aber ab der Bedingung, dass sie wollen dann diese Kinder Arbeit geben, dass sie einfach wirklich Schule verlieren. Dass sie einfach Bräuse verlieren, Dachs verlieren, verschiedenste andere Dinge. Dass sie einfach Hands-On-Training haben. Und nicht bloß sich so down ist, wenn sie Schule. Dass sie machen, dass sie dann einfach ein Business haben. Dass sie einfach, wo sie von Leben dauern. So, dass es wirklich die Arbeit. So dann, äh, wenn sie schreit sind, dann haben sie Experienz. Hans Pluner hat übrigens Feierjohäuer Experienz hier an. Aber sie wollen die Arbeit. Äh, zwei Frauen, weil ich auf das. Wenn du sagst, äh, Feierjohäuer ist ein Rüttkonen. Heien, wie war es denn alle, wenn die Rüttkonen sind? Wenn sie an der Rüttkonen von dort? Von 18 Jahren sind sie Rüttkonen, ja. Äh, und so, das ist ein Ding, was wir mit dem Gouvernotop tun. Äh, nicht, nicht sagen wir mit dem Gouvernotop, aber der Gouvernotop ist dort hin. Ja, dort wird das eine Scholl, so ist das eine Scholltal. Das ist nicht, äh, Arbeit, so zu sein. Das ist eine Scholl, wo sie Lehre schaffen. So, die Gouvernotop käkt das auch ganz anders, weil das eine Scholle ist, die man in der Rüttkonen, die man sich acht Jahre in seiner Tänse rüttkonen schaffen. Und sind dort, äh, das ist gleich eine andere Frage, sind dort die Schaffte oder seine Businessmane hier die Arbeit, die sie gehend, wo vielleicht ihre Fabrik haben, ihre Geschafft haben, und da würden eine Aufstellung haben, was sie sich lassen können, weil die Witzauern da nicht unbedingt so verunfällt, für die Witzauern, wie wir nicht so viele Fehler haben. Ja, das sind von hier am Businessmane, ja. Samt von hier bei einer Darpa sammeln von einer Stadt. Aber sie sind auch selbstbieter, sind kleine Geschäfte. So, äh, sehr warm, äh, das ist auch positiv, nicht zu viel Fehler mehr. Und hier ist es auch interessant, ja? Oh ja, wir haben eine kleine Feierstrecke, oder weil, zu einer Anmau. Wo, äh, wo wir das so dann wach, das Spächerdebüt und alles, was haben wir gemacht? Wir haben die alte Träne, wir haben angefangen zu schauf. So, bei einer, ich würde sagen, 5-5 Monaten soll das alle bereit sein. Und dann wird hier wirklich gut gebührt? Ja, du kriegst mit Kassadern, die Hälte bis hin. Ja, sehr gut. Ja. Und, äh, du wärst möchtest, du möchtest, du wärst auch ziemlich lange dem Markt, äh, verwickelt. Ja. Und, äh, das ist jetzt, wenn du denkst, erst 10 Jahre hier du nachher sind, dann fangst du einfach nur zu looten. Wie fühlt es dir noch? Das soll die Zukunft noch länger sein? Aber, ja. Äh, ich glaube, von, 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 war das wieder als Jentocenter war, und, habe ich dem Markt geschauft, äh, in der Zeit noch acht Jahre. Ich glaube, das war das Jahr, nehn Jahr. Ähm, und, äh, ich denke, das möchte ich für euch. Äh, äh, ich, äh, ich lege die Arbeit. Ich kann so viele Menschen drauf, ich kann so viele Dinge sein, wort Gott da hat, in der ganzen Welt, wo er die, die Kinder, die, 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 ta faci, die. Auch Du hast deine Arbeit in der Hauptverwaltung als Fonds zusammen und von Mütland. Kannst du das ziemlich versetzt? Dann sagst du das bei Rütfordern. Aber als ich gerade gesagt habe, waren die Rütfordern, die normalen Menschen sich? Ja, das Geldoptriebe hängt so davon aus, dass einer persönlich mehr Menschen getroffen hat. Wenn du jetzt nur lasst, dass die Menschen nicht mehr dorthin sind und nicht persönlich getroffen hast, dann gebe ich auch drauf. Also habe ich jetzt 57.000 Millionen gereist. Wow, das ist die meisten von mir an der Welt. Ja. Das haben wir verschiedene Sachen, die du hast getan hast. Wir reden von der Schule. Wie ist das mit Musik? Ist das eine Musikgruppe? Dass wir in eine Band haben? Ja, wir haben uns interessiert, wie sie das haben. Und wir haben uns interessiert, wie sie mit einem Instrumenten bekommen haben. Wir haben uns 52 Jahre gemacht. Und das ist ein Klaasent, was ich die Instrumenten leren. Und ich bin, dass wir andere Leute interessiert haben, und wir sind das auch fertig. Und andere sind sehr interessiert und sehr begeistert. Und die sind auch sehr interessiert. Und die sind auch sehr gut. Und die sind auch von denen, die haben wir begonnen, dass ich viel wissen, wie sie nicht hören können. Und das sind Feiermänner. Ja, ich freue mich auch noch in die Tore ab. Hast du auch eine Senggruppe, dass du mal mit den Ritfordern zu einem Korker oder einem Programm singen spielst? Nicht wirklich, dass wir Ritfordern haben. Wir haben Pommelt-Bass hier. Aber wir haben eine Gruppe. Wollte sich auch uns heute mit den Sengen und mit Spielen. Was von den Leuten spielt dort? Wie ist die Jugend der Stil von Musik? Ranchera-Musik? Oder was von den Leuten würde ich interessiert? Ja. Wir haben eine größere Range. Einmal vielleicht ein bisschen besser als Trader sein. Aber alles kristliche Leute. Ja. Aber der Stil ist einfach ein bisschen verschieden von ein paar anderen. Sommers auf, Sommers mit die Leute und so weiter. Ja. Es sind verschiedenste Stilos. Ja. Und noch eine Bewerbung. Einmal von der Maniten. Du hast hier eine Organisation. Eerst für die IMAB. Du hast es auch noch über die Bank der Elemente. Die bringen die Leute, ich denke, die Leute etwas essen. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja, die werden die Leute besser einbringen. Ja. Das ist richtig. Ja. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Ich bin ein bisschen viel. Aber es sind 235 Kinder mit 55 Jahren. Ja. Und so hat es gesagt. Dich und 300 Menschen, was man alles topst. Wenn dort drei Multidien nachdenken, sind dort drei Multidien. Ja. Dort leu ich. Ja. Und nachher waren die Kinder hineingebracht worden. Die sagten, ich habe ein ganz klein. Ich habe vielleicht ein Leben geholfen. Ja. Und da waren sie in der Samt. Alles ist zu offen. Aber am Jahr kann die andere Welt. Und nur die andere Welt, wo sie eerst werden. Und da haben sie keine Probleme, damit sie für sie gut leben. Alles muss man sagen. Wenn die nicht kommen, nur 12, 13 Jahre. Wann muss ich sagen, 14 Jahre. Mhm. Dann ist der Risiko viel gerade auf der Welt. Aber wenn die nicht mehr 12 Jahre sind, dann ist es sehr klein. Dann wird es so ein bisschen sein Leben haben. Ja. Aber es ist so, dass du gerade bei 12 Jahren erinnerst. Wenn die immer 12 Jahre nicht kommen, dann muss ich sagen, dass du blieb. Du bist so ein bisschen. Weil das interessant ist, dass ich da noch nicht denke. Aber erst mal gibt es noch eine Strophe. Wenn wir auch Samarins abstehen. Und sie machte fernfreschig. Dort sind eine Strophe. Hey, ein Schobel, Tortillas und so. Und so sind die jetzt dort. Und die waren ein paar Pitas und Zähre und so. Und das habe ich nicht. Und dann bleiben sie wieder in der Schlacht behandel. Und dann ist das nicht gut. So. Das passiert bloß, wenn die Stratien für den Jungen alle sind. Ja. Und ihr stört sie vielleicht. Ein paar Monate. Ja. Und da laden ein bisschen. Ja. Da kann ich anwenden. Und die haben da gesunde Däten, wie es Jungen Völkballspieler sind. Von den Barstern. Ja. Ja, die spielen sie auch. Ja. Ja. Und die werden mehr so alles. Mehr so jedes Mal so. Ja. 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 Wir haben da wahnsinnig von was Papita sehen. Ja. Nein. Wir haben ja so gewalt. Ich will alle anderen mal trinken Papita in Berserra. Aber dort wird Minimo sein. So ein Minimo. Ich versuche da, dass ich die Hölle von dort. Gut. Dann haben wir viel Erfolg. Ich wollte nicht verpassen, dass wir uns eine Anruf merken haben. Wenn wir einen Donation geben wollen, dann noch mal wieder Worte oder Adresse? Oh, sicher, weil du irgendwie interessiert hast, sonst kostet du nur bei 2.500 Pausen im Monat die Chance. Alles, was du vergangen hast, wie Dotsdam, Eten, Kleider, Doktorien, Lehrerspital, Schulbital, und alles, was du vergangen hast, ab dem Hof. Und da hast du 2.500 Pausen im Monat die Chance. Wenn du dich interessiert hast, fangt mir wirklich. Und mein Föhnnummer ist 2.500, 591, 70, 38. Und ich bedanke mich für dich. Gut, vielen Dank für euch dann. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.